Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Statistisch betrachtet kommt so was gerade mal alle 5 Jahre mal vor. Also ein ganz seltenes Ereignis. Und da kommt schon Zahl Nummer 2, die 12. Ja und wenn man mit diesen Zahlen, diesen 20er Zahlen, dann auch noch abräumt und einen Treffer landet, dann ist das ja fast unglaublich. Denn die Wahrscheinlichkeit dafür, die liegt bei gerade mal 0,002%. Hier Zahl Nummer 3, die 47. Aber das gehört hier nun der Vergangenheit an. Wir konzentrieren uns lieber auf die heutige Ziehung. Rund 5 Millionen Euro sind heute bei uns im Jackpot. Die gilt es also zu holen. Und hier schon Zahl Nummer 4, die 35. Bei dem Spiel 77, da wartet heute eine Million Euro, nachdem ja ein Brandenburger am Mittwoch die 4,7 Millionen Euro abgeräumt hat. Also heute da eine neue Chance mit etwas kleinerem Gewinn. Und die vorletzte Zahl, die 27. So, eine fehlt noch. Die letzte Lottozahl für heute. Dann wären die sechs Richtigen komplett. Und damit steigt dann auch die Chance auf die 5 Millionen Euro im Pott. Und da ist die letzte Zahl für heute, die 23. So, das sind sie also, die sechs Glückszahlen an diesem Samstag. Und wir erweitern die Reihe jetzt um die Superzahl. Ich drücke nochmal die Daumen. Viel Glück. So, es geht, wie gesagt, um rund 5 Millionen Euro im Jackpot. Ohne der Ausspielung sind heute 26,3 Millionen Euro. So, und nachdem es ja die Null so oft getroffen hat in letzter Zeit, gucken wir mal, ob es heute eine andere Superzahl wird. Es wird eine andere. Da ist sie, die 2. So, liebe Lottofreunde, damit sind alle Zahlen gezogen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal in der Zusammenfassung an. Hier sind sie, die Lottozahlen vom Samstag. 12, 23, 27, 35, 42, 47 und die Superzahl 2. Und noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien, die werden ja bereits im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Wir beginnen wie gewohnt mit Spiel 77. Da gewinnt heute 5, 9, 9, 7, 8, 3, 4. Und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 8, 4, 8, 9, 3. So, das war es schon wieder. Das war Lotto am Samstag. Alles zur heutigen Ziehung, wie gewohnt, auf Lotto.de. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Mittwoch wieder, dann um 18.25 Uhr. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Abend und genießen Sie den Sommer. Tschüss.